Ja, war abzusehen. Der war jetzt schon wieder weg. Denk mal, ich wurde bereits gehackt. Ich wurde zwar noch nicht überfallen, aber vielleicht habe ich den Typ überfallen, der andere Leute hackt. Anders kann ich mir nicht erklären, warum zum Teufel ich alles mögliche machen kann und es passiert nichts. Aber ohne nachstellen, wenn ich Elden Ring starte, sind ja in kurz. Ich bin bereit, aufzusehen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Doch, ich bin bereit. Was ist das? Oh! Ich warte kurz 1-2 Sekunden. Trinke ein Schlückchen. Warte ich 1-2 Sekunden, trinke ein Schlückchen. Ich warte darauf, dass er uns verbraucht wird. Ich habe gerade so Idee. Vielleicht ein bisschen zu gut sein, aber ich... Ich habe einen Schlückchen. Ich habe einen Schlückchen. Ich habe einen Schlückchen. Das war ich. Was ist das? Oh Okay, dudes Ich hab mich schon gewundert, kann ich jetzt an die Kriegs-Sohnenschein, warte auf, aber das wird wohl jetzt nichts mehr. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh Scheiße. Aber ich denke auf die Idee eine Fackel hier einzusetzen, da war mir noch keiner gekommen. Gern geschehen, Twitch. Oh. Das war's. Ich weiß nicht, dass ich irgendwas in die Flur eingesammelt hätte. Ich weiß nicht, dass ich die Flur eingesammelt habe. Ich weiß nicht, dass ich die Flur eingesammelt habe.